Jo Leute, Dope Dämpfer TV ist wieder hier und im Hintergrund seht ihr halt eben meine Pflanzen, wie sie aktuell ausschauen und ich bin großer Überzeugung, dass diesmal wirklich welche sind, also sieht man ja auch, ich habe mir sagen lassen oder habe mich so ein bisschen informiert und wenn die so ein ganz kleines bisschen ausschauen, wie so Salat, nenne ich es immer so schön, also so wie ihr jetzt gerade schön seht, also so größere Blätter haben, wie die halt weggehen und halt nicht so ein riesiger langer Stiel dann ist, dann ist es eine gute Chance, dass es Tabak ist. Ich habe mir jetzt etwas überlegt, weil es halt wirklich schon spät ist mit denen, dass ich eine mir ins Zimmer stelle, in so einen 8 Liter Topf mit Erde und dann ins Zimmer und den halt dann fertig mache. Mal schauen, ob ich es mache oder nicht und jetzt wollte ich euch auch noch was zeigen, dass in unserem Garten eine Melone gewachsen ist, also ich finde es ziemlich cool, meine Mutter findet es auch mega geil, also weil wir kompostieren eben und ja, da war dann Melonen-Samen mit drin und jetzt wollte ich euch noch die Kürbisse zeigen, was halt alles im Garten und so wächst, seht ihr jetzt auch und da wollte ich eigentlich damals meine Tabakpflanzen rein tun und da war auch im, ja in der Erde Kürbissamen und jetzt seht ihr noch, wie es ausschaut und dann würde ich sagen, ich bin wieder weg, bis die Tage, ciao! Ich bitte heiße, ciao! Ich bitte heiße, danke!